Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Träne 5 oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Manche sagen Träne. Ich weiß nicht, wie du es aussprichst, weil ich bin nämlich nicht alleine. Träne 5. Die Träne 5. So spricht er es aus. Genau. Ja, ich habe jetzt gerade erst mal den ersten Fail entdeckt, weil ich habe das ja sonst immer mit Controller gespielt und den habe ich gar nicht angeschlossen. Also werde ich das mal ganz schnell machen, weil ich bin ja ein Fuchs. Ich mache ja sowas nebenbei beim Reden. Und dann kann ich gar kein neues Spiel starten, weil wir haben es doch gar nicht verbunden. Fällt mir gerade ein. Ich gehe mal auf mehr Spiele. Mal gucken. Ja, du musst jetzt irgendwie... Die Träne 5. Our story began, once again, in the heart of our most beloved kingdom. Ruled by a council of fine ladies and gallant lords, with help and guidance from good and wise wizards. It was also home to the enchanted heroes of Träne, protectors of the realm. And while most people believed our kingdom to be the most pleasant and peaceful realm in all the world, Some had plans to turn the kingdom upside down. Well? The Astral Academy is ours. Those dimwitted wizards didn't notice a thing before it was too late. And the device has been tested with success. I don't think the bigger size will pose a problem. Stone is stone. Well done. Now we can proceed to the next step in our plans. It is time to take care of the heroes of Träne. In the meantime, the first of our heroes, Zoya the Thief, was not on a very virtuous quest. Zoya's intention was to steal an ancient treasure map from the town library. Rumor had it, the map revealed one of the few remaining hidden treasure troves left in the kingdom. The others having been looted by enterprising fortune hunters, like Zoya herself. Hä, wieso sind wir die jetzt beide? There, there, little beast. Das weiß ich nicht. Was ist das denn jetzt für Quatsch? Ja, aber so wie ich das kenne, konntest du ja jederzeit auf die anderen wechseln. Nee, dann hätten wir nicht klassisch spielen dürfen. Du hast gesagt, das soll ich nicht, sondern wir sollen klassisch machen. Wo bist denn du? Ja, gut, dass du schon fünf Stunden vorläufst. Vielleicht müssen wir hier was gucken. Kann man schießen? Achso. Aber so richtig zieren können wir nicht. Also Doppelsprung kann man irgendwie nicht machen? Doch. Springe hoch, um dich am Vorsprung festzuhalten. Also ich kann einen Doppelsprung machen. Also was heißt Doppelsprung? Ich war gerade dran. Ja, so ich dir. Wo bist du denn? Ah, guck mal her. Dann müssen wir hier wieder zusammenarbeiten. Ich will nicht mit dem Epi zusammenarbeiten. Das endet immer nur im Chaos. Ich bin grün, das ist gut. Ich will grün sein. Ja, ich habe mir extra Hose eingestellt. Oh, oh. Haha. Geh mal hier drauf. Nee, ich muss links, oder? Erbs. Aber wie kommen wir jetzt weiter? Oh. Oh, da könnte was runter machen hier. Äh. So, warte mal. Glaub ich weiß. Oder? Ja. Ich bin schon mal weg. Guck mal, da ist eine Katze. Ja. Eine Riesenkatze. Hallo. Was machst du? Nicht auf dich. Der Epi will mir den Rücken fallen. Der will mir einen Pfeil in den Kopf machen. Warte mal. Reicht das nicht, dass der mir einen Pfeil ins Herz geschossen hat? Da hat er mich auch nicht nachgefragt. Wir müssen hoch, glaube ich. La, 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 la. Gameplayerin weiß es besser. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich muss nach rechts hoch. Ich wollte nur mal gucken, ob ich nicht da oben nochmal was machen kann. Oh. Hol das Ding da oben noch. Ja, aber ich kann nicht da hoch. Kannst du da nicht so dran... Oh, shit. Bin runtergefallen. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Kommst du wieder hoch? Warte mal, man kann hier was... Ach, nee. Ich kann ja nicht mehr hochkommen. Wie soll ich hochkommen? Kein Thema. Ich hänge mal so lange eine Runde ab. Ja, ja. Ja, weil ich kann so nicht hochspringen, so wie ich das sehe. Nee. Ich kann dir das nur runterziehen, damit du, glaube ich, da drauf springen kannst und dann da hoch. Aber... Das ist ja doof. Du musst aber doch wieder da hochkommen. Nimmst du es doch ein Seil. Was ist denn damit? Dann bin ich hin. Na, oh. Nee. Hier oben. Achso, warte mal, da oben ist. Ziele. Ja, ja, das haben wir ja schon. Das kann man aufschießen und das kann man abschießen. Aber, ja, ja, da kann man auch was schalten. Das ist irgendwie zum Einschalten. Guck mal, warte mal. Ja, aber wofür? Hier oben. La, la, la. Guck mal, die Katze da hinten, die denkt sich auch, was sind die doof. Hallo, Katze. Wir haben nichts getrunken, nichts gegessen, wollte ich gerade sagen. Äh, nichts geraucht oder sonst was. Wir sind immer so doof. Aber ich verstehe nicht. Dann ist das gelb. Das ist ja okay. Und wenn du grün drückst, dann ist beides gelb? Oder wäre das... Ey, für oben wäre das jetzt aber nicht gewesen, oder? Was? Warte mal, das war jetzt großartig für mich, oder wie? Naja. Mach das nochmal links. Das ist immer noch rechts. Der Epi ist doof, der versteht das nicht. Das ist doch die Gameplayerin jetzt. Ja, aber das muss aber irgendwie... Ich schieße dir jetzt einen Pfeil da dran und dann kannst du da hochgehen. So, jetzt kannst du da hochgehen. Ach so, ja, das konnten wir ja... Nee, wie ging das denn? Nee, das kannst du nicht. Das kannst du später erst. Ja, aber das konntest du doch, meine ich. Dass man dann so hoch konnte. Aber nur sie, meine ich, tatsächlich. Die anderen konnten das, glaube ich, nicht. Müssen wir ja vielleicht gleichzeitig. Warte. Eins, zwei, drei. Nee. Abgesehen davon, dass das nicht gleichzeitig war, aber... Oder bei beiden das Gleiche. Eins, zwei, drei. Es wird ja grün, aber... Ja, aber wo ich draufgehe, das wird aber rosa. Also, das wird meine Farbe. Deswegen, obwohl, das wird bei dir auch meine Farbe. Ja, das ist ein schönes Spiel. Hat vor drei Minuten oder so gestartet und wir verzweifeln direkt, schon mal beim ersten... Bei der ersten Quest, das ist immer so gewesen, irgendwie? Nee. Doch. Ziele mit RS. Das ist ja das hier. Und drücke die Pfeile, um abzuschließen. Das ist alles toll. Das bringt mir nur alles nichts. Wir übersehen irgendwas hier. Ja, T ist aber doch rechts unten. Vielleicht müssen wir die Katze umbringen. Vielleicht ist das unser Ziel. Der rote Faden. Die Katze. Aber da muss man immer das Treffen, was gerade am Leuchten ist. Das ist doch nicht blöd, dass wir beide den gleichen haben. Das ist doch irgendwie komisch. Jetzt kann ich das noch nicht mal mehr einstellen. Hallo? Ich wollte das Treffen, wenn das meine Farbe hat. Aber ja, dann bist du wieder dazwischen die ganze Zeit. Das geht auch nicht. Oder müssen wir die Treffen... Guck mal, wenn das Gelb ist, beides. Warte mal. Drei... Ja, hatte ich gerade. Jetzt kannst du natürlich nicht mehr mitmachen. Jetzt. Ne. Oder muss ich deins treffen und du meinst oder so? Ja, das ist ja Blödsinn. Oh, hier kannst du so schlecht mit zielen. Hallo? Ja, geh doch einfach nach rechts. So, anzähl du jetzt mal bei mir hin. Warte, bis es rosa wird. Achso. Rosa. Wenn es gelb wird, würde ich sagen. Ja, da war es aber schon wieder gelb. Jetzt ist rosa. Ja, das ist sehr gelb. Ey, das kann doch nicht sein. Ganz ehrlich jetzt. Vor allem steht das so dumm dämlich hier, so von wegen... Du musst einfach nur mit RS zielen und dann Pfeile abschießen. Habe ich tausendmal gemacht. Hier steht nur, dass du drücken sollst und loslassen, um Pfeile abzuschießen. Dann müssen wir irgendwie beide... Darf man hier unten vielleicht gar nicht hin? Liegt es da dran? Dann müssen wir beide im Gleichen stehen. Oh, das geht auch, wenn man nur drauf zeigt. Kannst du schnell... Ah, guck mal. Ah, was war das denn jetzt? Ja, komm, 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 schnell. Hier drüben. Oh nein, ich bin so. Jetzt nicht mehr. Ja, komm. Komm, schnell. Oh Gott. Ach, nee, ist ein Spaß. Aber was? War es jetzt die Geschwindigkeit, denke ich mal, oder? Ich habe keine Ahnung. Also, das Rätsel habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Hallo? Hallo? Did you find a mouse? No. So, I'm not alone in the library. Uh! Hilfe! Lass mich los! Ah, mit rechts muss ich loslassen, okay. Kann ich das schießen oder so? Hä? Was soll das denn? Weil irgendwo festmachen kann? Ach, da hinten kann ich mich festmachen. Das ist nur die Frage, ob uns das was... Ja, ja, ja. Das bringt uns was, was? Das bringt uns ja viel. Ja, du kannst da jetzt hoch. Ich nicht. Ich muss das runterhalten. Denke ich mal. Juhu! Ja, naja, ich muss das runterhalten. Nein! Oh! Huh! Ui! Du darfst jetzt da drüber gehen. Wir bleiben jetzt... Oh! Du Arsch! Einer muss es festhalten. Einer muss festhalten. Und du kannst hoch gehen. Geh hoch! Och, die Idioten, dann löse ich das halt. Bleibt das dann unten? Nein, natürlich nicht. Obwohl, ja, du kannst ja auch so... Ja, du musst ja jetzt mitfehlen. Komm. Äh... Da komme ich so nicht ran, ne? Du bleibst jetzt schreit. Ah, na, 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 na. Warte! Äh? Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ach, so hing das fest. Das muss... Nein, ernst, jetzt. Huh! Nee, 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 du musst da drunter stehen. Warte, jetzt probier mal. Warte mal, kann ich da oben drauf? Ja, aber ich glaube, ich kann auch so drauf, oder? Ich hab alles. Kannst mich mal. Warte mal, brauchen wir das noch hier? Ja, siehst du, da fallen noch Sachen raus. Ja, weil ich das weggezogen habe. Zweicherpunkt? War hier nicht noch was? Oh, Pool-Talisman. It's raining. No rooftop adventures for you tonight. Nein, 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 nein. Ach so. Da ist die Katze wieder. Da ist sie. Die Katze. Ich kann nicht hier runtergehen. Das ist genauso müde wie ich. Ja. Warte mal. Kann man das nicht ziehen? Ja, nein, schieben. Ah, ich weiß wieder, warum ich dieses Spiel gehasst habe. Warum? Weil das immer alles so, so, so. Was, du kannst mit Fallen verschiedene Objekte herunterstoßen. Sag mir das doch, bevor ich mich hier dran hänge. Ach so, das machen die. Äh. Oh. Hat aber wohl doch nichts damit zu tun, dass man, ne? Ja, warte mal, worauf ich geh, geschossen? Ach da. Ich bin ein Mensch, aber warte mal, ich muss hier draufstehen. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Nein, 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 nein. Wir kriegen ja was. Ja, da musst du draufschießen, draufschießen auf das Ding. Nein, oben. So, doch nicht. Doch. Ja, aber du hast so geschlossen, als wenn es das... Ach, ich hab keine Lust. Ja, ich wollte diese schnelle Schießen nochmal machen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Kannst du da draufschießen? Dass du nicht schnell schießen kannst. Was denn? Da. Fast. Wo bin ich? Ach so, ich stehe hier unten. Ich bin irgendwie durchgelaufen. Man sollte auch nicht gleichzeitig spielen und eben Bescheid geben, dass jemand ins Bett gehen soll. Warte mal, da oben kann ich mich wieder festmachen. Aber bringt uns das... Ach, ich kann das ja auch kürzen, stimmt ja. Wieder in der Hochgehen, ne? Ja. Oh. Stimmt. Ganz ruhig mal. Ähm, das sollte es aber vielleicht dann nicht spielen. Bist du? Ah, heute... Geht nicht, wir müssen speichern. Bist du denn... Ach so. Nee, aber wir müssen hier hoch kommen. Ja, ich wollte mir das Ding eben holen, bevor du das glaubst. Ja, und dann bist du wieder runtergesprungen. Was soll das denn? Ja, aber ich wollte dich verarschen. Ja. Das hat ja gar nicht geklappt. Äh, da kann ich nicht hin. Wieso komme ich da nicht hin? Wahrscheinlich da... Ja, fast. Oder auch nicht. Nee, ich komme immer nur hier hin. Kann ich denn hiermit irgendwas machen, damit das oben funktioniert? Ach, das muss ja irgendeine Auswahl haben. Ach, ja, wir können das hier verbinden. Ach Gott, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Bringt uns das jetzt was, dass ich hier hänge? Ja, jetzt ist das so verbunden. Ja, bitte. Ja, toll, danke. Kein Thema. Wieso, das geht doch. Oh, da oben ist noch was. Na, 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 na. Haha. Haha, ich habe es gekriegt. Nee, es ist nicht. Und ich bin runtergefallen. Wo bleibst denn du? Sag ich dir nicht. Oh, ich brauche deine Hilfe. Mist, ich dachte, ich konnte jetzt alles alleine machen. Hahaha. Es ist so schwer für mich alleine. Es geht aber nicht. Ach nee, 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 kletter da mal hoch. Aber muss ich los machen. Mach dich los. Ich will aber nicht. Ah, hä? Jetzt müsstest du aber auch... Wieso kann ich den jetzt hier unten machen? Ja, weil der unten hochgekommen ist. Ich habe es noch runtergekommen. Ja, aber was bringt mir das jetzt? Das sag ich dir. Ja, 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 das musst du machen. Oder kann ich das auch heute machen? Äh? Nee, ich glaube, das kannst du nur... Nee, Moment, das, das. So? Und du musst das dann... Zieht es mal hoch. Das hier unten. Weil meins ist ja verbunden jetzt. So war ich. Ich muss mich da erst... Ich kann dich hochziehen. Warte mal. Weil ich hier draufstehe? Oder wieso? Ja, ja, irgendwie ja. Jetzt konnte ich es gerade ziehen. Aber auch nicht richtig. Warte mal. Oh. Hallo, ich sehe mich nicht mehr. Ich hing etwas runter. Hä? Hä? Ja, aber wie... Hä? Ich habe das doch eben... Ja, du musst... Klar, du musst das Seil kürzen. So, du musst das Seil kürzen und das dann so rüberziehen. Oder wir machen es einfach so. Guck mal, das geht auch. Ja, aber wieso hängt da eigentlich noch ein Seil dran? Ja, weil das deins ist. Nee. Ey. Was soll das? Was machst du da? Du musst das durchschließen, damit man hier rüberkommt. Ich kann das wieder nicht einfach. Ich gehe durch die Fenster und fenstel ein bisschen. Hier oben ist was drauf. Siehst du das da hinten? Das Gelbe? Achso, Moment. Nein, das ist da, an der Seite, am Rand. Ich weiß nur nicht, ob wir da nochmal was machen können. Können wir das nicht ziehen? Wir können auf jeden Fall da hinten erst mal. Warte. Nein. Das kann ich nicht, aber ich kann... Warte. Ich dachte, dass ich das verbinden konnte, aber anscheinend ging es nicht. Ähm. Ja. Aber du musst doch wahrscheinlich erst das untere verbinden. Warte mal, warte... So, muss man es machen. Kleiner Blödmann. Ja, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Jetzt muss ich hier oben was machen. Was ist das denn? Nicht, da bleibt einer drauf stehen. Ich dachte, er wäre jetzt einmal aktiv... Ja, du hättest auf der anderen Seite sein müssen. Du bist so doof. Warte mal. Hä? Ja. Hier oben. Spring mal. Guck mal weiter. Ja, ja. Hier oben. Ich bin, ich bin weiter. Danke. Tut mir leid. Tut mir leid. Kannst du oben irgendwo drauf drücken? Ich guck mal. Äh, es sieht irgendwie kompliziert aus. Da oben ist was zum Schießen. Also das wird interessant jetzt, ja. Und ich sehe nix. Ich kann hier was hochziehen. Warte mal. Nee, das ist aber... Nee, ich muss dich erst mal mit runterholen. Huh? Äh, rüberholen. Warte mal, ich komme mal wieder runter. Ja, die Frage ist, wie? Ich weiß, wie. Ja. Nee. Ja, warte auf, pass auf. Pass auf, doch. Wenn ich hier drauf bleibe, so, jetzt komm mal, komm du mal. Dann bleib das. Ach, ich denke, dann geht das nicht? Nein, das ist ja der gleiche Schalter. Pass auf, wir müssen aber, wir müssen beide da hochspringen. Drei. Drei, zwei, ey. Och, ja, danke. Ja, super, dass ich mich vorbereiten konnte. Ja, hallo, wie lange kennst du mich jetzt schon? Drei und springen, super. Ja, das ist doch super. Wir springen auf eins. Eins. Ja, du springst ja super auf eins, ja. Der leckt mich. Ich hänge mich jetzt hier dran, ich hänge mich jetzt auf, so. Ja, ich habe mein Seil irgendwie länger gemacht, anstatt mich mit dran zu gehen. Geh da drauf. So, guck mal. Wieso geht die dann? Nee, die kann. Achso, an dem Seil. Hallo. Hallo. Kriegst du mich da hoch? Da oben musst du reinschießen, denke ich mal. Siehst du das? Ja, oh, oh. Da oben ist auch noch zwei. Guck mal, siehst du, hätte ich das nicht gemacht, hätten wir das nicht festgestellt. Jetzt hol die Yulava nicht. Dann habe ich jetzt einen oder zwei. Nee, ich habe beide, okay. Ja. Jetzt ist nur die Frage. Da musst du reinschießen in das Loch. Oben. Ja, genau. Ah, warte mal. Aber warte mal, hier hinten. Danke. Vielen Dank. Ja, komm mal, hier oben ist noch was. Wie kommen wir da hin? Hier, hier oben ist noch einer. Wie kommen wir da hoch? Das kann man auch schießen bestimmt, ne? Ah, ja. Okay. Ja, oder so. Wie kommen wir jetzt da rüber? Jetzt kommen wir hier da rüber. Indem du noch mal runterziehst. Warum muss ich das immer machen? Weil ich es nicht kann. Nee, warte mal. So. Kommst du da hoch? Oh. Aber du kommst zu mir. So geht es auch. Ey, wieso habe ich jetzt vom Balken über mir? Das war mein erster Tod. Huh. Hallo? Was war das denn? Wieso geht die automatisch runter? Ah. So, jetzt gehen wir da drauf. Oben drauf. Mach dein Seil ab. Nein, das ist mein Sicherheitsseil. Immerhin hältst du das gerade fest, ne? Ja, du musst das hin und her schwingen, nicht so langsam. Juhu. Juhu. Oh, wieso geht hier nicht weg? Hallo? Ja, wir hängen da noch mal eine Runde ab. Ich nicht. Stimmt, ich kann das ja verhindern. Warte mal, das da oben müssen wir nach oben. Das müssen wir irgendwie... Ja, das hätte ich schön holen können. Aber irgendwie bist du mir da voll reingesprungen. Deswegen... Danke, dass du meins wegschüttelst. Hab ich nicht. Ich hab das gerade rübergeholt, damit du hoch kannst. Aber warte mal, dann bleib mal da drüben. Ja. Okay. Du bist doch nicht ganz so schlau, wie du dachtest. Meins war das Gegenteil. So, du musst da oben noch. Ja, aber wie soll ich das? Kann ich... Ich kann ja ganz... Doch, ich kann zwei, ne? Oder so. Ich geh jetzt hier runter. Meinst du? Äh? Äh? Ja, wie geht das? Ach so. Dann hab ich das... Ich hab gedacht, ich bin noch oben. Äh, da musst du B drücken. Oh. Ich hab irgendwas runtergeschubst. Ja, du hast mich runtergeschubst. Nee, eigentlich wollte ich mich hier festhalten. Aber irgendwie hat das nicht so ganz... Uah. Geklappt. Ich war jetzt mit B, aber ich musste ja erstmal an der Kante hängen. Mann. Nein. Och. Jetzt komm endlich. Wo bleibst du denn? Ich steh hinter dir. Aber wie kriegen wir das jetzt? Ach so. Ähm. Du müsstest das aber eigentlich nach rechts ziehen, oder? Ja, mach nochmal. Nee, ist doch gut jetzt. Ja, danke. So viel Dank. Du mach nochmal. Äh. Ja, warte erstmal, bis ich unten bin. Jetzt, schnell. Oh, das war aber knapp. Also bis der hier mal... Ja, das geht nicht. Du musst, äh... Du musst das Ding hier oben haben. Ach so, hier oben kann ich noch klettern. Bitte mal. Ja, aber ich... Ich möchte auch gerne... Ja, aber vielleicht kann ich dich so holen. Ach, kannst du mich, du kannst mich immer. Geh lieber selber. Kann ich nicht so holen. Keine Ahnung, was das ist. Ah! Tazine. Was ist denn hier oben? Da kann man auch noch dran. Da ist doch noch... Nee, ist keiner mehr. Aber hier. Geh doch mal da weg. Ich steh doch... Ach nee. Ich bin mit deinen im Spielen. Warum kann ich das nicht länger machen? Weil du die verbinden sollst, wahrscheinlich. Oder geh so mal hoch. Danke, wieso schießt du mein Ding kaputt? Na, na, na. Wie? Wie? Hey, ich hab dir gerade ein Seil reingemacht. Was willst du? War das ein... Hey, das hat funktioniert? Oder was? Nee, das hast du scheiße gemacht. Aber warte mal da... Danke. Ah, jetzt ist aber offen oben. Ja, aber vielen Dank, dass du jetzt mein Seil, was ich extra für dich gespannt habe, damit wir beide hochkommen, kaputt gemacht hast. Warte, ich mach wieder... Ich hol dir den, ich hol dir den. Ey, warum kann ich das nicht da dran machen? Weil du X drücken musst. Ich hab kein X. Dann bleib mal stehen. Er sagt zu mir... Nein, er sagt... Oh, warte. Oh, danke. Ey, was ist so viel mit dir los? Nein, wieso... Mach das... Ja, das warst du selber. Nein. Ich habe das X gedrückt oben. Siehst du das? Der macht das... Wieso macht der das nicht einfach mal, dass der auf dem Gleichen stehen bleibt? Mach ich das halt von mir aus jetzt so. Und jetzt? Ja, das ist doch gut. Hallo? Schieb mich mal mit rüber. Ich bleib mal hier hängen. Komm nicht rüber, weil du musst drüben sein. Weil mein Kopf in der Schlinge hängt. Aua. Jetzt? Warte mal. Nee, du haust mir jetzt mein Seil weg. Ey, ich schieße dir so durch den Kopf. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Man muss es zu zweit machen. Aber du musst hier rüberkommen. Kann ich nicht. Dann bin ich tot. Mach mal dein Seil länger nach unten. Ja, bin ich tot. Nein, schwing dich hier rüber. Ja, dann bin ich tot, wie du siehst. Nein, du bist noch unten. Jetzt noch ein bisschen mehr. Das geht. Mach das. Okay, wir machen das anders. Also, ihr Lieben, wenn euer Freund zu euch sagt, das geht schon, das ist alles okay, das klappt, das funktioniert, hört nicht. Jetzt geht er schon wieder dahin. Hört nicht auf ihn. Der hat immer nur Böses im Kopf. Wieso kann... Hälfte ich doch einfach. Wieso kann ich das jetzt nicht einfach hier machen? Warum hängt hier immer noch ein Seil? Oh, jetzt hat der nicht wirklich wieder das Seil weggezogen, damit ich wieder unten hänge. Was ist heute mit dir los? Kannst du einfach mal das Seil gerade halten, bitte? So. Aber das Problem ist... So, ich ziehe jetzt zum keine Ahnung, wievielten Male das. Aber das funktioniert ja nicht. Du musst das untere ziehen. Doch, das funktioniert wunderbar. Ich kann mich hochziehen, kleiner ziehen und größer... Es sei denn natürlich, der Epi schießt mit den Pfeilen, dann bin ich komplett tot. Jetzt nimm du mal das obere, bitte. Uh, wo bin ich jetzt hingelaufen? Nimm du mal das obere, bitte. Ja, das habe ich eben versucht, aber du schießt mir das ja immer wieder weg. Jetzt, ey, du bist doch schon da. Du musst das hier rüberziehen. Genau. Ja, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Danke. Und jetzt... Äh, warte mal, kann man das nicht einmal... Mach das doch mal fest. Ach, du musst das festmachen. Nee, das reicht nicht. Ja, so dieses Spiel. Du wolltest das spielen. Nein, du wolltest das... Oh, warte mal, wenn ich springe, kann ich das vergrößern. Wieso kann ich das so nicht vergrößern? Ja, und dann mach das da dran. Aua. Ja, jetzt hat sie mich umgebracht. Es funktioniert. Hat sie mich umgebracht, ey. Habe ich schon nichts dafür, wenn du so doof bist und falsch drückst? Ja, aber das ist ja nicht oben offen, weil unten nicht weit genug... Oh Gott, ich tonne hier. Warte mal, ich kann aber nicht schießen von hier aus, oder? Wieso, kannst du nicht einen hier in die schießen? Doch, meine ich doch. Komm mal nach oben. Äh. So, das müsste auf sein. Ja, aber das mit den Schießen, das war irgendwie... Na, 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 na. So. Uhuhuhu. Was war das denn? Das war Assassin's Creed. Na, na, na. Oh. Auf, auf, auf. Hey. Hey. Hmm, so this is the reason why the treasure hasn't been found yet. This map is practically dust. Or maybe it's just my effective security system. Put the map down, thief. As far as I know, no one alive can lay claim to that map or its treasure. Get me some paper and ink. Let me copy that thing and I'll be out of your hair in no time. And if I shoot you, thief? Hmm, that might hurt a teensy bit. But I'm enchanted with mystical powers of trying, so I can probably take it. Just give me a library card and I check it out for a day? Precious, pretty things don't belong in dusty old museums. Aren't you supposed to be a hero? Is this what they do? Harass civil servants at ungodly hours? Well, I can be heroic, if the occasion arises. In fact, I've just received an invitation from the Astral Academy. I'm to be rewarded with a medal. Apparently the big statue of me and my fellows on the town square isn't enough. Well, why don't you jog off to the Academy, then? Mucksmäuschen still! Das kann man, glaube ich, nicht sehen wegen dem Overlay. Ja, und ich würde sagen, Da wir das erste Kapitel so völlig problemlos und mit Bravour gemeistert haben in einer Rekordzeit von 35 Minuten ungefähr, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Ciao! Und deine ganzen Fels, die kannst du auch rausschneiden. Kannst mich mal... Es gibt immer nur Gameplayerin an Cut. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.